Gerhard Heinemann wird einiges zu tun bekommen hier am Betzenberg, vor allen Dingen in dieser geladenen Atmosphäre, wo das Publikum bedingungslos hinter seiner Mannschaft steht. Da ist Ruhe und Übersicht gefragt beim Schiedsrichter, aber Heinemann ist einer der erfahrensten überhaupt FIFA-Unparteiischer seit 1989. Und da ist er drin! Kuka nach diesem Freistoßknaller von Martin Wagner. Meine Güte, das geht ja gut los hier. Und das Überraschende, das werden Sie gleich in der Zeitung gesehen, war, dass einer wie Martin Wagner den Freistoß trat. Und die gegen die Latte und die herrliche Reaktion von Kuka. Ja, da sehen Sie es nochmal. Martin Wagner, eigentlich gar nicht der Freistoßspezialist, sondern das ist Miroslav Katletz. Der Libro, der Lauterer kam noch dran. Und dann geht nichts mehr. Nach neun Minuten, die frühe Führung der Lauterer. Ja, da wackelt sogar unsere Kamera mit. Und das muss man ja dem Pavel Kuka schon lassen. Der spielt mit. Da schaut in der Tat, was passiert mit dem Ball, wenn er von der Latte zurückspringt. Sofort mit dem Fuß da.